Vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich lieb versammelt habt. Bevor wir nur mit dem regulären Schießen beginnen, können wir uns natürlich nicht versäumen, unseren allerersten Winterschützenkönig Kaskal Elath seinen Ehrenschuss zu gönnen. Von daher bitte ich ihn mal mit auf den Schießstand. Genau so. Die Brassmusik muss es ja noch ein bisschen wagen können, aber hoffentlich ist es auch so. Und da ist die erste Biele schon runter. Das wird schnell. Es folgt unser Stadtschützenreporter Daniel Michael Ginzen aus Hüsten. Und er wackelt schon. Oh, sehr gut. Das tut sich, ey. gut. Oh, es tut sich, ey, wie das. Es ist spannend. Jawohl. Das ist ein Schalt, das Recht ist ein Schalt. Oh! Ja! Ja, mein Neuen! Vita Schifteke! Michael Berthoff. Michael Berthoff. Michael Berthoff. Michael Berthoff. Michael Berthoff. Michael Berthoff. Christoph Berthoff. Tschüss, die Freunde sind die Grüße hier! Vielen Dank.